Ja moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play F1 2015, es geht weiter und ja, Renn Nummer 12 steht dieses Wochenende uns bevor, es geht nach Italien und nachdem das letzte Rennen leider sehr sehr bitter war, es sah lange Zeit richtig gut aus, aber dann haben wir uns in der Strategie vielleicht doch, naja, wir sind glaube ich eine Runde zu lange draußen geblieben mit den abgefahrenen harten Reifen, bevor wir auf die Weichen gewechselt sind und da haben wir so viel Zeit verloren wahrscheinlich, dass es dann nicht geklappt hat, letztendlich war es leider nur der vierte Platz, unsere drei Konkurrenten waren alle vor uns nicht so gut, gut, was soll's, wir werden jetzt wieder Richtung Geschwindigkeit gehen, wobei ich glaube ich eher sagen würde, diesmal die 4 statt die 5, auch wenn das eigentlich ziemlich gut war, nur das Rennen, naja, wir hatten diesmal wenigstens ein unfallfreies Rennen, das war's, also letztes Wochenende, das war schon mal ein Erfolg, ein Teilerfolg und ja, jetzt gucken wir mal, wie es in Italien wird. So, blauer Himmel, Klappe halten und das sieht ja gar nicht so schlecht aus, das Wetter, so. Ja, ich würde sagen, wir stellen erstmal wieder die 4 ein und nehmen uns, ist mir eigentlich fast egal, lasst uns wieder die Options nehmen, da haben wir einfach mehr Sätze von. Gut, auf geht's, dann wollen wir mal gucken, fahren wir mal zwei Runden und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. So. Fettes Gemisch natürlich, also, da werden wir die Konkurrenz mal wieder hier in den Boden stampfen. Die Reifen sind zu heiß, mach mal ein paar Kurven langsam, wir müssen sie abkühlen. Ein Scheiß müssen wir. Auf geht's. Ah, da vorne ist einer vor uns gefahren, das passt mir gar nicht. Oh, viel zu schnell. Ja, dann können wir es abbrechen. Das war ja jetzt total doof, da habe ich ja den Bremspunkt komplett weggelassen, also komplett verpasst. Okay, dann wieder raus. Ist mir so egal. Ja, kein Problem, macht nichts. So. So, jetzt sollten die vor uns genug Platz haben, dann können wir jetzt Gas geben. So, das war ein bisschen besser. So, die sind wir sehr gut gefahren. Oh. Na, war jetzt nicht gut, aber war jetzt auch nicht super, super furchtbar. So, was auch immer der mir da gerade erzählt hat, ich war mit meiner Konzentration auf der Strecke. 1, 24, 5. So. Dann machen wir mal das Setup 5 rauf und dann gucken wir mal, ob wir hier schneller werden. So, laden, Boliden Setup, heißt es. So, und dann, ach so, abbrechen. Moment, nochmal, besser ist. So, 5, ja. Dann gehe ich mal hier hin und dann wechsle ich eben nochmal die Reifen. Sonst fragt ihr mich wieder irgendwie komisch, deswegen gehe ich erstmal komplett raus. Dann nochmal rein. Dann nehmen wir hier neue Reifen. Okay, wir ändern dein Setup. Und dann werden wir mal gucken, ob wir hier ein bisschen schneller sein werden. Es gibt ja genug schnelle Geraden, es gibt auch viele Kurven und Schikanen, das ist, das ist richtig. Aber wir haben halt auch, ist eine schnelle Strecke, ne. Es gibt keine wirklich richtig langsamen Stellen, bis auf die Schikanen. Ansonsten ist es immer relativ flott, das Rennen. Also vor allem auch diese hier. Auf geht's. Er ist jetzt bei 10 Kilo. Es sind noch 10 Kilo Benzin übrig. Na. Na. Da haben wir sicherlich ein bisschen... müssen wir uns am Ende ein bisschen was abziehen. Alright. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, war schon schnell Also, und das war nicht nur die eine Schikane, die wir abgekürzt haben, leicht Ja, damit wird es wahrscheinlich dann wieder Nummer 5 werden, ne? Ich fahre eben nochmal die eine Runde hier, oder zum Teil zumindest Ah, immer ein bisschen spät hier Mir geht's gut, danke Team Ist ja gar nichts passiert So, gucken wir nochmal rauf Ja, viel zu spät und dann auf einmal nach links, da war überhaupt kein Druck mehr So Ähm Ginge auch, ne? Ausgeschiedene Ja, ich wollte gerade sagen, die Runden zählen aber Gut Also Leute, dann sehen wir uns morgen wieder zum Qualifying Ja, das Qualifying werden wir wahrscheinlich wieder gewinnen Aber wir müssen es dann auch mal auf die Strecke bringen am Sonntag Das ist ganz wichtig Und wäre schön, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid Leute, macht's gut Bis dann, bis morgen Schöjunger Sie sind Daniel Dann Dann